Hm, wie hat jemand, der im Rollstuhl sitzt, eigentlich Sex? Findet jeder Fischer irgendwann mal eine Leiche im See? Wieso entscheidet man sich freiwillig dazu, um jeden Morgen am 3 Uhr aufzustehen und Brot zu bachen? All das würde vermutlich im Internet stehen, aber wir, wir wollen nicht wissen, was der Durchschnitt sagt, sondern wie einzelne Persönlichkeiten arbeiten, leben, lieben und ihre Welt gestalten. Darum folge ich dir und zeige allen, wie deine Welt aussieht. Das ist wirklich extrem intim. Es hat glaube kaum einer so viel Respekt vor den Fischen wie der Fischer selber. Ja, aber der Hitze ist einer, der gerne trinkt, das heisst, bei ihm werden wir das sicher rausfinden. Also, das ist die Challenge, wie du mit dem Tal. Willst du ihn du mal haben? Ich habe Angst. Das ist die Challenge, wie du mit dem Tal. Untertitelung des ZDF, 2020